Hallo und herzlich willkommen. Heute befinden wir uns im Herzstück der LG Pflanzenzüchtung auf unserer Züchtungsstation. Neben mir steht mein Kollege Dr. Philipp Böwen. Hallo. Ja, hallo Natja. Philipp, schön, dass du da bist oder dass wir hier sein dürfen besser. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, ich heiße Philipp Böwen und arbeite seit etwas mehr als drei Jahren als Weizenzüchter hier in Rosenthal bei der Firma Limmagra. Vorher habe ich Agrarwissenschaften studiert an der Universität Hohenheim in Stuttgart und habe mich dann auch nach dem Studium noch mal ganz intensiv mit dem Winterweizen, genauer gesagt mit dem Hybridweizen, im Rahmen meiner Promotion auseinandergesetzt. Magst du uns noch ein bisschen was über den Standort hier erzählen? Warum gerade hier? Ja genau, gerade hier, das ist ein sehr schöner Versuchsstandort von uns, ganz in der Nähe von unserer Züchtungsstation. Und wir stehen hier gerade auf einer Demofläche, wo wir all unsere Sorten, die wir gerade so im Angebot, in der Pipeline haben, nebeneinander angebaut haben, um einen schönen Eindruck davon zu bekommen. Der Weizen gilt ja als Königskultur. Mit drei Millionen Hektar ist der Winterweizen eine der größten Kulturarten Deutschlands. Was macht denn der Reiz der Züchtung aus? Ja, also den Reiz der Züchtung generell macht eigentlich aus, dass sich Rahmenbedingungen in alle Richtungen ständig ändern. Und wir natürlich auch dort als Züchter gefragt sind, unsere Züchtungsstrategien kontinuierlich anzupassen, neue Züchtungsmethoden zu evaluieren, in unseren Züchtungsprozess mit einzubauen. Und darüber hinaus finde ich persönlich auch, wenn man sich mal die Ebene der Pflanzenproduktion anschaut, dann könnte man sich das sozusagen als ein Top-Level vorstellen mit verschiedenen Säulen, die dort unten drunter stehen. Und da haben wir dann die Pflanzenzüchtung, den Pflanzenschutz, die Pflanzenernährung, den Pflanzenbau. Und da würde ich sagen, dass schon die Pflanzenzüchtung eine ganz, ganz zentrale Rolle darstellt, einen ganz zentralen Baustein. Die Sorte macht eben für den Landwirt einen ganz entscheidenden Faktor aus, wenn es darum geht, am Ende Erträge zu realisieren. Die Weizenzüchtung hat ja eine lange Tradition bei Limagra. Früher unter dem Namen Nickersen. Gibt es denn bestimmte Meilensteine, die da wichtig sind? Ja, genau. Also du sprichst schon an. Der Name des Unternehmens hat sich dann zwischendurch mal geändert. Aber viele Landwirte kennen auch noch Sorten aus der Vergangenheit mit Sicherheit ganz gut. Sehr bekannte und große Sorten wie Drifter oder Skater, Ritmo und Hermann. Und aktuell ist es eigentlich ganz schön, dass wir in den letzten Jahren auch an diese Erfolge wieder anknüpfen konnten mit unseren Sorten wie zum Beispiel LG Initial oder auch LG Charakter, wo wir gerade vorstehen, auch hier in dem Demo-Feld. Ja, die Züchtung hat in den vergangenen Jahren hat sich sehr verändert. Also neue Technologien auch, die Digitalisierung nimmt natürlich weiter Fahrt auf und macht hier nicht Halt. Wie wichtig ist denn da noch das Auge des Züchters? Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Das Züchterauge, würde ich sagen, ist nach wie vor von ganz entscheidender Bedeutung. Ich hatte ja gerade schon angesprochen beim Reiz der Züchtung, dass wir natürlich immer wieder neue Methoden und Technologien auch einbauen. Und Big Data ist ein Stichwort, was in aller Munde ist. Und das ist auch in der Züchtung nicht erst seit gestern von sehr großer Bedeutung. Viele dieser Technologien, auch statistische Verfahren, kommen eigentlich aus der Landwirtschaft oder auch aus der Züchtung, Tierzüchtung, Pflanzenzüchtung, die wir jetzt hier etabliert haben. Am Ende, wenn wir eine Selektionsentscheidung treffen möchten und auch treffen müssen, sind wir mittlerweile sehr froh, dass wir da aus einer Kombination von verschiedenen Ansätzen uns bedienen können. Und am Ende würde ich eigentlich sagen, ja, das Züchterauge ist nach wie vor von ganz entscheidender Bedeutung. Aber der Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich eine Kombination von traditionellen Ansätzen und auch von sehr neuen Methoden, die mittlerweile Einzug in den Züchtungsalltag erhalten haben. Ja, und hat sich denn der Züchtungsschwerpunkt verändert? Ja, also generell würde ich sagen, die Zuchtziele sind eigentlich über die Jahre identisch geblieben. Der Schwerpunkt hat sich natürlich etwas verschoben. Das wichtigste Zuchtziel im Winterweizen wie auch in anderen Kulturarten ist der Kornertrag von ganz entscheidender Bedeutung. Eine Besonderheit im Winterweizen ist mit Sicherheit, dass wir sehr viele Zuchtziele verfolgen, deutlich mehr Zuchtziele als in anderen Kulturarten. Neben dem Kornertrag haben wir noch die Krankheitsresistenz, die sehr wichtig ist, die auch in Zukunft, denke ich, unter geringerem Pflanzenschutzmitteleinsatz noch wichtiger werden wird. Also eine große Herausforderung für die Pflanzenzüchtung. Und Weizen wird eben auch für den Konsum benötigt. Und da spielt eben auch die Backqualität. Qualitätseigenschaften spielen eine ganz große Rolle. Und das ist mit Sicherheit auch eine große Herausforderung für uns Züchter, dann in Zukunft unter einem etwas reduzierten Düngemitteleinsatz trotzdem entsprechende Qualitäten dann genetisch zu realisieren. Und können wir das bei der LG denn leisten? Ja, also ich denke, wir sind aktuell sehr gut aufgestellt. Wir haben dann eine sehr große Pipeline, gutes Portfolio an vielen Sorten. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren kontinuierlich an einer guten Krankheitsresistenz und einer guten Kombination von Ertrag und Qualität. Und ich denke, wir sind da auch in Zukunft sehr gut aufgestellt. Vielen Dank, Philipp, für deine interessanten Ausführungen. Ich hoffe, dass wir euch einen guten Einblick in das Thema Pflanzenzüchtung geben konnten. Wie ihr gehört habt, stehen wir immer wieder vor großen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und diese nehmen wir natürlich gerne an, um auch in Zukunft euch innovative Sorten liefern zu können. Wie ihr gehört habt, ist es zu meistern. Wie ihr gehört habt?